Bundesweit ist jedes sechste Kind arm. Im Osten ist es sogar jedes vierte. Jedes vierte kannst du dir das vorstellen. Der Verein Tellerlein deckt dich, möchte, dass es diesen Kindern besser geht. Dafür sammelt der Verein Spenden. Unterstützt werden damit Kinder in ganz Sachsen. Durch die Spenden bekommen wir ein Frühstück oder Obst für die Kitas. Außerdem gibt es Kochwochenenden. Da kochen wir zusammen leckere Dinge und uns wird ganz viel erklärt. Das gemeinsame Essen mag ich an dem Tag am liebsten. Dann sitzen wir zusammen und lassen es uns schmecken. Wir waren auch schon in einer Brotbäckerei. Jetzt weiß ich, wie man ein Brot backt. Das habe ich mit meiner Mama zu Hause ausprobiert. Im Herbst gibt es die Teddybärklinik. Da wird mein Teddy wieder gesund gemacht. Und ich habe keine Angst mehr vor dem Arzt. Bei all den Erlebnissen ist jemand von Tellerlein deckt dich dabei. Die unterhalten sich gerne mit Mama und Papa und mit mir. Dank Tellerlein deckt dich habe ich schon ganz viel gelernt. Gutes Essen und Wissen sind nämlich wichtig. Wollen sie Tellerlein deckt dich helfen, aber wissen nicht wie? Das ist Pippi einfach. Zum Beispiel können sie durch Sachspenden helfen. Oder sie spenden einfach Geld. Oder sie ersteigern einen Teller bei der Tellerversteigerung. Da malt jemand ganz Bekanntes einen Teller an. Den können sie dann ersteigern. Und das Geld, das sie dafür bezahlen, das kommt wieder uns Kindern zugute. Helfen sie doch bitte mit, dass uns von klein auf geholfen wird. Unterstützen sie Kinder in ihrer Region. Piep, 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 bestellen den Appetit. The End The End Untertitelung des ZDF, 2020